aber jetzt mal momentan ich habe mich gerade etwas und zwar sagt er hat mich gewarnt ihr seid einfach dass er sie nur nicht heißt es ist nicht dieser diese tunden typ da der könig der armen wird der sich jetzt so nennt der mit einem riesigen v ausschnitt durch die gegend läuft hier habe ich dann aber es nicht mitgekriegt verschwinde aus der bahn es ist eine mission aber für das habe ich immer zeit weiter geht moment wie weit ist in diese missionen entfernt auch ja geht ja noch einfach auf der hauptstraße entlang laufen ja die letzte mission dann halten wir es aus der bahn hier kommt der assassine der schlechter der bösen und ich kann nicht singen darum lass es jetzt lieber gibt es lift irgendwo aber eine treppe ich sollte lieber noch zwischen diesen zwei sätzen noch nein hinzufügen damit es logisch klingt verstehst du keine zeit sorry ja ich bin für ihn okay spiel portson denis oder denna deutsch sprache schwere sprache aber französische sprache noch schwerer ich bin nicht sicher so werden wir nicht gemeinsam erwischt ich schätze du hast recht ich schätze es wird eine mission sein wo ich mich wenn du ihn erledigen kannst dann tue ich mich entscheiden soll elise oder schon mehr entweder release retten oder germe töten noch ein letztes mal los geht's hm hat sich ein hübsches vorgebracht keine schwachstelle zu sehen und was soll ich jetzt deine meinung nach tun das gebiet der kunden für gelegenheiten sorgen neuen zugänge ok 15 verstecke 2 alarmglocken 62 wachen moment mal da bin ich schon mal hoch gekommen da war ich doch schon mal ist das nomaden punkt oder teleportation punkt nomaden punkt komm schon ich war doch da irgendwo muss doch eine stelle sein wo ich mich hin teleportieren kann na gut dann nicht was geht's ich mache mir nicht die mühe irgendwie ihn durchweg zu suchen ich glaube nicht alter wirst du mich verarschen doppel luftattentate sabotiert alarmglocken machbar nicht wer hat das gesagt nein runter alter hast du nicht da werden wir mal für gelegenheit sorgen du musst wach werden los bürger bleib stehen ich bin genau hier sonnenschein oha bürger du dann halt gut weg hier weg hier weg 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 ich werde mein talent zum wohnen der nation einsetzen während ich eure genicke brechen okay das war jetzt ganz schön böse lache oh mist judas die zeit ist endlich gekommen los los heilige söhne für die verdorbenheit der zeit und diese die dann hätten wir das mal hallo und der letzte kette das wird jetzt das war so was knapp jetzt gerade hoch mit ihr hoch hat nur noch höher so ist gut ich glaube ich muss doch hoch würde ich jetzt mal sagen na toll renn komm na los guten flug guten sohn nein jetzt ist hier ruhe und ich kann in alle ruhe da hoch klett dann lass mich in ruhe lass mich bloß in ruhe tust du nicht was machst du gleichfalls du 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 dat da nicht so schnell komm her komm 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 zu dein komm zu dein dort Verschwindet! Ja, genau. Oh, tschüss! Oh, tschüss! Nein, dahin! Ja, so deine patriotische Pflicht! Alter! Ich bin gerade voll unter Strom! Ich bin so richtig unter Strom! Ich konzentriere mich! Hochziehen! Hoch oder runter? Hoch geht's nicht, außer runter! Puh! Ja, aber genau in sein Sichtfeld! Hallo, du Lappen, du! Okay, Leute! Bevor es weiter geht... ...alle mal kräftig tief Luft holen durch die Nase... ...und durch den Mund wieder ausatmen! Gut, die Nerven sind beruhigt. Weiter geht's! Guter Versuch! Ich schnapp dich! Ja, komm her! Bist mir genau in die Falle reingelaufen, du Trottel! Einfach nur, weil wir es können! Nummer 1... ...Nummer 2... ...und es ist niemand da! Außer noch eine Schatztruhe, die schon wieder... ...verschlüsselt ist! Doppelt gemoppelt! ...Nummer 1... ...Nummer 2... ...Nummer 2... ...ich weiß, dass das eine... ...dass das UNO in Italienisch war... ...und das... ...französisch... ...war ja auch beabsichtigt, Leute... ...also bitte... ...herkennt ihr nicht... ...n Witz, wenn ihr... ...euch mit dem Zaubenpfahl zuwinkt! Ne, Spaß beiseite! Wo sind wir hier? Wo müssen wir hin? Die Tür ist offen! Muss ich... ...da längs? Aber dann... ...ge ich ja wieder raus! Oh! Leco mio! Zuerst heißt er... ...keine Ahnung... ...Pablo... ...und dann... ...Michel? Hmm... ...Hoch mit dir... ...Hoch mit dir! ...I don't know what... ...Ah... ...ich werde doch richtig... ...What?! Was verdammt war das? Genau richtig! Ein Edensplitter! Der verlorene Assassine... ...kehrt also zurück! Ja? Damit rechnete ich schon... ...seid Latouche keine Steuereinnahmen... ...mehr sendet! Oh, bitte! Da muss dir schon... ...was Besseres einfallen! Ihr seid ein gewaltiger Dorn... ...in meinem Auge! Versteckt dich ruhig! Das macht keinen Unterschied! Ich nehme an, Robespierre... ...war auch euer Werk! Wow! Egal! Seine Schreckensherz... ...auf der blöde ihren Zweck! Er hat auch das Adler-Auge! Ja? Das Eisen wurde er... ...reine Zeitverschwendung! Warum so hartnäckig? Ist es Rache? Glaubst du, du wärst sicher in den Schatten? Hat der Leck dich so indoktriniert, dass du selbst jetzt noch tust, was er verlangt? Oder ist es Liebe? Hat de la Serres Tochter dir den Kopf verdreht? Der direkte Angriff von einem Assassinen? Wie erfrischend! Oder ist es Liebe? Hat de la Serres Tochter dir den Kopf verdreht? Was? Was? Die? Was? 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 Was zum? Is... Was? Was zur Hölle? Was ist das denn gerade? Macht man sich die Mühe, ganz hoch zu klettern? Wo, 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 wo. Rüber. Ach, nur. Dahin. Dahin! Ernsthaft? Wirklich? Dahin! Dahin! Abstoßen. Gut, versuchen wir es so. Oh, das wird... Ja, dachte ich mir schon. Äh, was war das gerade? Für einen kurzen Moment dachte ich, ich fliege gleich über die Brüstung und tschüss, ciao. Wie ist einem dann besetzt dieses Eden-Splitters gekommen? Oh, 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 okay, jetzt habe ich mich gerade richtig erschrocken. Ja, du Idiot! Moment, Blitzmerker! Wow! Alter! Wie viel sind das? Und auf einmal bin ich im Zingel geworden von 20.000 Idioten. Aber auch Idioten mit diesen blöden Schwertern können gefährlich werden. Wie komme ich am besten dorthin? Ich habe keine... Ich will weiter wissen, ich will meine Antworten bekommen auf meine Fragen. Ich will nicht schleichen, jetzt noch zwei Stunden hier hin und her, sondern ich will meine Antworten bekommen. Man, no! Lade endlich, ich bin ungeduldig. Ich versuche mal was. Da unten war doch... War doch Wasser, oder? Ja, da ist Wasser. Das war schön, dann lass mich in Ruhe. So. Wieso habe ich das nicht am Anfang schon gemacht? Nicht da links, da links, mein lieber Arno. Du siehst mich nicht, du siehst mich nicht, du siehst mich nicht. Nein, 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 nein. Wer, was, wo? Ich habe weder Berserker-Pfeile, noch genug Ich habe weder Berserker-Pfeile, Rachbomben. Ich habe weder Berserker-Pfeile, Einen Moment, Bürger! Hattest du dir Mut verlassen? Komm her! Dann kommst du nicht, du gehörst mir! Was war das? Hier geht was vor sich. Hey! Zeig dich! Nein! Einen Moment mal. Genau, der Mordor ist irgendwo da draußen. Hey! Warte einmal! Alles zehn! Was war das? Gut. Ich muss irgendwie dorthin. Auf weinen oder was schießen die? Karin? Karin? Nein. Hiermit? Nö. Wo? Wer hat's ab? Wer... Du gehörst mir! Gegen wen kämpfen die? Ist das... Elise? Bleib nachstehen! Wohin willst du denn fliehen? Die Straßen gehören uns! Stirbt wie ein Mann! Bringen sie doch rum, wir dann nochmal was zum... Der wartet den... Den kann ich irgendwie nicht an. Ja, er... Wie sieht ihn an, aber... Er greift ihn nicht an. What? Von wo? Wow, 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 wow. Ran an die Ecke! Was wär? Wo? Was? Katrin erreißt. Äh... 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 Ich bin bei euch. Ich bin bei euch. Du hast dir ein Pferd in der Nähe. Dann kann ich gemütlich geräumt. Ah! Oh! Lasst euch nicht reinlegen! Oh! Ich schlag dich tot! Oh! Ah! Nein! Oh! Tuck dich! Nein, in der Sackgasse. Gut. Schau mal. Du bist der Nächste. Gut, die Waffe ist vollgeladen. Was ist hier passiert? Germain hat eine Art Waffe. So was habe ich noch nie gesehen. Er ist mir entwischt. An mir kann man nicht vorbei. Er muss noch da unten sein. Interagieren. Na, dann schauen wir mal nach. Ja, dann schauen wir mal nach. Na ja. Das war's. Das war's.